Hallo Kutten. Was sagen Sie dazu? Warum bin ich hier? Ein kleines Meerschweinchen-Update bitte. Folgen Sie mir. Ich habe das Licht angemacht. Oh mein Gott, da ist es so hell wie eine zweite Sonne. Ja, das ist das Meerschweinchen-Update für heute. Hallo Mie. Hallo Mie. Wie Sie sehen, die Meerschweinchen sind umgezogen. Hier haben Sie jetzt viel mehr Laufraum, was so viel bedeutet wie das hier alles wird das Meerschweinchen-Gehege. Hier wird das Meerschweinchen-Gehege, da wird es noch größer gebaut. Dann wird hier eine kleine Brücke gebaut zum wegklappen. Kein Scheiß, ich mach das. Und hier geht das Meerschweinchen-Gehege dann weiter. Dann kann man hier so einen Gang machen und dann ist alles awesome. So, dann das kleine zweite Meerschweinchen-Gehege. Update. Was haben wir denn da? Da sind die ganzen P&P hier drin. Hallo Napo. Hallo Pepper. Hallo Mie. Hallo Popcorn. Die sind hier aus einem guten Grund getrennt. Und zwar... Wo ist er? Da ist er! Oh mein Gott, der ist so unglaublich hässlich. Nein. Was das will. Quatsch. Das hier. Hallo Verrücke. Hallo Verrücke, du Fluff. Na, du bist ein Fluff. Ja und Hallo Cookie. Komm mal hier hin. Hallo, wo bist du? Wo bist du? Komm mal hier hin. Das hier ist... Ich hab den Namen vergessen. Gustav Herbert? Irgendwie so. Ähm... Dies ist ein kleines Strubbelbohnen. Hm? Du bist auf Leihweise hier, weil unsere Männchen ja alle impotent sind. Quasi gewollt kastriert. Ich aber mehr Scheunchen-Babys will. Darum bist du jetzt hier. Du hast so eine riesengroße Nase. Oh mein Gott. Ja. Darum bist du jetzt hier. Ähm... Für eine Woche ausgeliehen. Zack. Um diese Männchen, diese Weibchen hier zu begotten. Also hoffen wir, dass wir bald, zumindest von ihr möchte ich, ähm... Kleine Meerschweinchen-Babys haben. So. Nur dass ihr es wisst, ich hoffe in 10 Wochen oder so kommen Meerschweinchen-Babys. Von ihm. Inga. So. Und jetzt noch ein kleines Ratespiel zum Schluss. Wo ist Kabum? Na, wo ist Kabum? Wo ist er? Äh, und Twix ist hier auch noch drin. Na, wo ist Twix? Da gibt er was Geräusche. Hallo Twix. Hallo Kabum. Hallo. So sehen glückliche Meerschweinchen mit zu viel Heu aus. Zwei in einzelhaft gesteckte. Weil du eine Meckazicke bist und du sowieso eine Meckazicke bist. So. Und wieder weg. Oh. Der Jäger. Jäger. Ja. Ja. Das ist nicht. Naja. Ja. So. Das war das Meerschweinchen-Update für heute. Und das war's. Tschüss Cookie. Das Poppen. Das Poppen. Das Poppen. Mach schon. Komm rein. Komm schon. Oh ja. Jetzt geht's los hier. Bis dann. Bis dann.